Kannst du meinen Arsch filmen? Was? Bruder! Du Scheiße! Ich werde den Boden mit der Zunge ablecken. Herzlich Willkommen zu... Ich muss das mal kurz hier drehen. Jetzt dreht der da, wie unangenehm. Ciao, ne? Einen neuen Video. Das war schon ziemlich cool. Wir sind hier im wunderbaren Köln unterwegs. Gero Ostaziki ist dabei. Wo ist dein Hut? Was war da, Alter? Einfach Videogames. Der gönnt dir das YouTube-Plan in den Schalltag. Schön, dich zu sehen. Wir haben keinen Beef. Die Leute, die haben gefragt, habt ihr irgendwie Beef? Nein, wir haben keinen Beef. Wir waren einfach nur so viel unterwegs. Business hier, Business da. Show me what that bubble butt can do. Du warst viel unterwegs. Ich war viel unterwegs, ja. Ich bin wirklich happy, dass wir uns wiedersehen. Das ist toll. Ich hab sehr viel Kot gespart, sehr viel... Sollen wir einfach los? Ja, lass einfach los. Kann ich deinen Arsch anfassen, mal? Ah! Jetzt haben wir doch ausgemustert, oder? Ich begrüße euch. Erstmal eine Dämonetarisierung. Jetzt ist safe bei mir. Guck mal. Wenn du extreme Schweißprobleme hast, ne? Dann kenn ich einen Ort für dich. Und zwar die Schweißkurstätte. Da wird sich um dich gekümmert. Also, das tut einfach weh. Das ist zu lesen, Digga. Das war so ein Ami-Witz, oder? Also, ich fand den schon ziemlich gut. Bann den weg, Digga. Hau mir auf den Arsch. Ohne Scheiß, warte. Leonard muss aber hier richtig drauf hauen. Oh! 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 Der Schlag, der ist vom Po einmal ein bisschen in den Kopf gegangen. No joke. Das war eine richtige Shockwave. Ey, Olli, wackel mal an dem Rotorblatt. Oh, Digga. Es gibt noch eine Anzeige, das ist auf Safe Video überwacht. Wir haben noch keinen Meter gefahren, nur Scheiße gemacht. Meine Hand tut aber auch ein bisschen weh. Ich habe... Was macht der denn da? Oha, Junge, Alter. Wollt ihr bei Rot fahren, oder was? Ja, sage mal! Jetzt darfst du fahren, Junge. Jetzt ist grün, ne? Hier steht ein Aston Martin Valkyrie. Valkyrie. Das heißt Valkyre auf Deutsch, oder? Das heißt Eidexe auf Deutsch. Ich möchte deinem Gesicht ejakulieren. Das hier ist intimer als das, oder? Das ist so... Da kann jeder anfassen, aber hier fass ich dich nur an. Olli schafft es wirklich immer, eine neue Stufe von Unangenehm zu finden. Ich mach jetzt nur mal eine Instagram-Story hier, glaube ich. Ich blende mal kurz zur ruhigen Musik an, dass wir mal ein bisschen runterkommen, okay? Ja, bitte, Alter. Geil, Mann. Das habe ich jetzt gebraucht. Meinst du eigentlich jetzt das Rutschicken? Nee, nee. Auf gar keinen Fall. Die Asis sind wieder unterwegs. Oh, der Hund. Hä? Der ist vorne tiefer gelegt, guck mal. Wir haben wunderschöne Katzen. Das ist ein Pferd. Olli, für wie viele Euro würdest du hier Vollgas reinfahren? Äh, 50 Euro? Ich muss jetzt eine Runde hier rumlaufen. Ich bin... Eh nicht, eh nicht, eh nicht, eh nicht, eh nicht. Ja, guck mal, der will mich verarschen, ey. Ruhe, 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 Ruhe. Ich wusste... Ich wollte rülpsen, aber er stecken geblieben. Das war richtig enttäuscht. Okay, warte. Habt ihr jetzt alle die Fresse gehalten, oder was? Das war... Können wir mal kurz applaudieren, ne? Das war ein Pferd versuch. Jungen, der David. Habt ihr meinen Durchdreher gesehen? Ich hab mit Quickshift da hochgeschaltet. Im Begrenzer, das war geil, oder? Alter. Rechts, 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 rechts. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass wir heute in Papa Platte sind. Warum das denn? Der wohnt doch in Köln, oder? Weiß, was ich komisch finde? Dass wir nie YouTuber sehen. Fahr mal an und brems mal und schalt mal zwei runter, Junge. Oh Junge, ich hab voll Angst bekommen, oder? Musst du das neben mir machen, Alter? Ich hab schon dein Vorderrad so in mich reinbauen gezählt. Damit, ich hab so eine kranke Bizepsübung. Kann ich dir gleich mal zeigen. Bizeps? Zeig dir mal. So. So. Ah, ich weiß wie. Der Rührer. Nee, nee, nee. Die eine Hand so. Und mit der anderen Hand so. So. Alter, ich hab noch nie so ein billiges Auto mit Schweizer Kennzeichen gesehen. Ich hab immer scharf geschossen von Leonhard. So, David. Du hast dir als Hausaufgabe eine Weisheit überlegt, ne? Dann leg mal einfach los. Äh. Giro, Nahrung, Löffel, Stiel. Wer viel wichst, der scheißt auch viel. Monte, was sagst du dazu? Da freu ich mich drauf. Gut, danke schön. Ey, David, du hast dein Weisheit verloren. Nein. Ich hab mein Weisheit verloren. Alter, er dreht einfach auf der Straße, Junge. Ja, mir egal. Keine Ahnung. Nein. Scheiße. Irgendjemand hat da gelacht. Ruiz hat das safe. Ja, 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 ja. Na, wir lassen mal gucken. Was sind das für Trust-Issues hier von dir, Alter? Ich hab Olli lachen. Was? Das hat einer geklaut. Guck doch erstmal, bevor du uns verbierst. Gib mir mein Weisheit. Ruiz, safe. Ruiz war so schön. Ja, was soll ich das denn haben? Hier drinnen, ja. Ist hier drinnen. Entschuldige, gleich zieht das irgendeiner aus der Tasche raus. Ihr kleinen Penner, Alter. Alter, was? Oh mein Gott. Alter. Der hat doch safe Gewindefahrwerk hinten. Das ist einfach ein ganz normaler Tag in Köln, Crime City, oder? Guck mal. Hallo. Wie das eingebeult ist, Alter. Das ist im Arsch, das Teil. Okay. Muss der jetzt eigentlich sein Parkticket verlängern? Ja. Da ist ein Waifu wieder. So schlecht, Alter. Da hat er selbst gar nicht verloren gehabt. Damn. Das ist nicht warm. Das ist für mich. Kann ich dann gar nicht mehr kommen lassen. Damit lest mir das mal vor. Schul und redet. Genau. Ich freue mich übrigens übel mit dir, mit Maurice, mit Euda nach Miami zu fliegen. Das ist mein erstes Mal Amerika. einfach ich werde den boden mit der zunge ablecken in amerika die fahren hier ohne rücksicht auf dem hinterrad wie geil ist das das auto zu oha was geht jetzt können sie mal meinen arsch filmen kannst du meinen arsch film das kann nicht lange gut gehen einmal der falsche autofahrer und wir werden jetzt noch darauf hinweisen dass wir es nicht mehr machen sollen aber macht es nicht nach pass auf jeden fall auf kollege